Herzlich willkommen zur Asklepios-Informationssendung. Manchmal sind es nur ein paar Tröpfchen, manchmal ist es auch schon mehr, aber vielen ist es peinlich und unangenehm. Es geht um die Harninkontinenz, um die Unfähigkeit den Urin zu halten, das ist unser Thema heute. Ich begrüße Dr. David Magerwal, er ist Oberarzt der Urologie an der Asklepios-Klinik Altona. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Sagen Sie uns, auch gerne, sagen Sie uns, mit welchen Symptomen kommen Patienten zu Ihnen? Die Patienten kommen zu uns mit jeder Form von unkontrolliertem Harnverlust. Das kann in Form einer Belastungsinkontinenz auftreten. Darunter verstehen wir einen ungewollten Urinverlust bei körperlicher Belastung mit Erhöhung des Drucks im Bauch-Innenraum, zum Beispiel beim Husten, Lachen, Niesen oder Aufstehen, sowie mit einer Dranginkontinenz. Das bedeutet, dass die Patienten einen imperativen, also befehlenden Harndrang verspüren, der dann zu unkontrolliertem und ungewolltem Urinverlust führen kann. Das heißt, die Patienten kommen schon, wenn es nur ein paar Tröpfchen sind, oder kommen sie erst, wenn es richtig deutlich wird? Das ist ganz unterschiedlich. In den letzten Jahren kommen immer mehr jüngere Patienten auch zu uns mit Frühformen der Inkontinenz, die sie aber trotzdem im Alltag stark belasten, zum Beispiel beim Spielen mit ihren Kindern. Ja. Wie unterscheiden Sie das von psychologischen Problemen? Sie sagten jetzt eben das Stichwort Kinder, Badness, spielt ja auch so eine Rolle, oder ist das für Sie kein Thema? Also es ist im Rahmen einer körperlichen Untersuchung und einer frauenärztlichen Untersuchung ziemlich deutlich einsehbar, ob die Patienten an einer somatischen Störung in Form der Inkontinenz leiden. Ja. Kommen denn zu Ihnen nur Frauen? Nein. Auch Männer im Verhältnis ungefähr 1 zu 3. 1 zu 3? Also ein Teil Männer, drei Teile Frauen? Genau. Wie stellen Sie jetzt fest, was da genau los ist im Körper? Die Untersuchung beginnt mit einem ausführlichen Gespräch. Meistens lässt sich hier die Diagnose schon ziemlich gut vorausahnen. Im Anschluss folgt eine körperliche Untersuchung, die bei der Frau in Form einer frauenärztlichen gynäkologischen Untersuchung mit Inspektion auch der Scheide verbunden ist. Anschließend erfolgen Ultraschalluntersuchungen und spezialisierte urologische Untersuchungen wie die Blasenspiegelung oder eine Blasendruckmessung. Ja, das tut weh, glaube ich, oder? Das kann unangenehm sein, ist aber meistens gut erträglich, wenn man die Patienten darauf vorbereitet. Und welche Arten von Inkontinenz gibt es nun? Sie hatten das ja schon gesagt. Genau, ich hatte die beiden großen bereits angesprochen. Das ist die Belastungsinkontinenz, wie gesagt, der Urinverlust bei körperlicher Belastung ohne vorherigen Harndrang. Davon unterscheiden wir die Dranginkontinenz, die eben den befehlenden Harndrang voraus hat, den man dann nicht mehr kontrollieren kann und der in eine ungewollte Miktion, also ein ungewolltes Wasserlassen mündet. Es gibt noch seltene Unterformen wie die Reflexinkontinenz, die wir bei neurologisch erkrankten Patienten und Patienten mit Querschnittlähmung beobachten können, sowie Überlaufinkontinenzen, zum Beispiel bei Patienten mit gutartiger Prostatavergrößerung und eine seltene Form, die auf angeborenen oder erworbenen Fehlwegen beruht, die zu Inkontinenz führen, zum Beispiel Fehlverbindungen zwischen Blase und Scheide. Und diese Stressinkontinenz können davon sowohl Frauen als auch Männer betroffen sein? Davon können sowohl Frauen als auch Männer betroffen sein, wobei Frauen im Verhältnis 4 zu 1 häufiger betroffen sind. Bei Frauen ist die Ursache häufig ein durch den Alterungsprozess bedingter relativer Östrogenmangel, der zur Veränderung von Bindegewebs- und Haltestrukturen im Becken führt. Begünstigend können auch Geburtsvorgänge und Schwangerschaften sein, sowie eine Adipositas, also ein Übergewicht oder chronische Bronchitis. Bei Männern tritt die Belastungsinkontinenz fast ausschließlich nach operativen Eingriffen im kleinen Becken, wie zum Beispiel der radikalen Prostata- oder Blasenchirurgie oder über die Harnröhre durchgeführten Operationen an der Prostata. Und was genau läuft da falsch bei der Stressinkontinenz? Denn Stress heißt glaube ich nicht jetzt Stress im Sinne von Anstrengungen und viel zu tun. Stressinkontinenz wurde auch von der Inkontinenzgesellschaft ausgetauscht gegen Belastungsinkontinenz, um eben diesen Widerspruch zu vermeiden. Es handelt sich um eine körperliche Belastung, zum Beispiel Husten, Lachen, Niesen, die zu einem Druckanstieg im Bauchraum führt. Über diesen Druckanstieg kommt es dann zum Urinverlust, wenn der Schließmuskel seine Arbeit nicht exakt ausführen kann. Zum Beispiel dadurch, dass er aufgrund einer Beckenbodenschwäche zu tief im Becken steht. Und was ist daran das Schlimme, dass er dann zu tief steht? Dass er nicht mehr seinen optimalen Druck aufbauen kann. Die Kontinenz besteht nicht nur aus dem Schließmuskel, sondern eben auch aus dem Beckenbodenapparat, die eine Symbiose bilden, die zu Kontinenz führt. Sollte diese gestört sein, kommt es eben zum ungewollten Urinverlust. Und wie kann man das behandeln? Das kann man auf verschiedene Weise behandeln. Zunächst mal stehen physiotherapeutische und verhaltenstherapeutische Ansätze im Vordergrund. Für die Belastungsinkontinenz steht auch ein Medikament zur Verfügung, das Duloxetin heißt, aber leider nur für die Frau zugelassen ist, obwohl positive Effekte auch für die männliche Inkontinenz nachgewiesen wurden. Im Weiteren stehen sicherlich operative Verfahren im Vordergrund. Das können Schlingenoperationen sein, bei denen eine Schlinge unter die Harnröhre gelegt wird und die Harnröhre in ihrer Arbeit unterstützt. Darüber hinaus gibt es Operationsverfahren über den Bauchraum, die zu einer Anhebung der Harnröhre führen. Und bei höhergradigen Inkontinenzen ist auch die Implantation eines künstlichen Schließmuskels möglich. Und ich glaube, so etwas haben Sie uns mitgebracht. Mögen Sie uns das erklären, wie der funktioniert? Der künstliche Schließmuskel, den wir hier sehen, ist ein hydraulisches Pumpsystem, das initial aus drei Komponenten besteht. Das ist zum einen die Manschette, die man in der Operation, wie hier um den Finger, um die Harnröhre legen kann. Diese ist verbunden mit einer Pumpe, die beim Mann im Hodensack und bei der Frau in der großen Schamlippe implantiert wird und über die der Patient später die Kontinenz kontrollieren kann, sowie aus einem Druckballon, der als Reservoir dient. Im Ruhezustand befindet sich ein großer Teil der Flüssigkeit in der Manschette, die dadurch die Harnröhre zusammendrückt. Und möchte der Patient jetzt eine Miktion, also ein Wasserlassen auslösen, betätigt er die Pumpvorrichtung und die Flüssigkeit strömt aus der Manschette in das Reservoir. Die Miktion ist freigegeben. Den Rückfluss übernimmt das Gerät selbst, das heißt, die Kontinenz stellt das Gerät dann wieder her nach circa fünf Minuten durch automatischen Rückfluss der Flüssigkeit in die Manschette. Das heißt also, der Patient muss auf jeden Fall das Wasserlassen auf der Toilette selbst auslösen? Das Wasserlassen muss er selbst auslösen. Den Verschluss des künstlichen Schließmuskels übernimmt das Gerät selbst. Genau, Schließmuskel der Blase. Ist das bei Frauen und Männern gleichermaßen unkompliziert einzusetzen? Das ist bei Frauen etwas komplizierter einzusetzen, weil hier der Schließmuskel oder die Manschette über einen Bauchschnitt eingebracht werden muss, während sie beim Mann über einen Dampfschnitt, also die Gewebebrücke zwischen Hodensack und After, eingebracht werden kann und man hier einen direkteren Zugang zur Harnröhre hat. Deswegen wird er bei Frauen auch deutlich seltener implantiert, ungefähr im Verhältnis eins zu zehn. Ja, kann denn, also es gibt ja Menschen, die Angst haben davor, sich etwas körperfremdes implantieren zu lassen. Können denn da Schwierigkeiten auftauchen mit dieser Prothese, mit diesem Implantat? Genau, die Implantation setzt eine exakte Chirurgie und maximale Sterilität voraus, denn die häufigsten Risiken bei der Implantation eines Schrittmachers sind eben die Infektion des Fremdmaterials oder die Durchwanderung in die Harnröhre. Ja, wie lange dauert denn so eine OP? Ungefähr eine bis anderthalb Stunden. Fällt das für Fachleute wie Sie unter eine schwerere oder unter einen leichteren Eingriff? Technisch ist der Eingriff mit ein bisschen Erfahrung leicht durchführbar. Man muss eben aufpassen, dass man die Fremdkörper exakt verbaut. Im Originalzustand sind sie noch nicht miteinander verbunden und man muss aufpassen, dass keine Blutbestandteile oder Luft in das Innenleben des Systems kommt, weil es sonst nicht funktional ist. Braucht man dafür eine Vollnarkose? Ja. Ist nicht anders zu regeln, obwohl es im Unterleib stattfindet? Man könnte es sicherlich auch über eine Spinalnarkose machen, aber in jedem Fall braucht man Narkose. Welche Rückmeldung bekommen Sie von Ihren Patienten, denen Sie das implantieren? Sehr gute Rückmeldung. Also wenn man die Patienten gut auswählt und nach ihren manuellen und kognitiven Fähigkeiten einschätzt, dann profitieren die Patienten in über 90 Prozent von der Implantation und sind danach auch 100 Prozent kontinent. Ja. Welche Typen sind das denn? Also wie alt sind, Sie sagten ja vorwiegend Männer, lassen sich das implantieren. Wie alt sind die? Was haben die für einen Lebenshintergrund? Üblicherweise sind es aktive Menschen im Alter über 60 Jahren, die aber eben noch sehr aktiv am Leben teilnehmen und die durch die Inkontinenz massiv in ihrem Sozialleben eingeschränkt sind. Ja. Es kommt ja auch zur Inkontinenz im Alter, also im hohen Alter. Kann das da auch hilfreich sein oder ist das nichts dafür? Also man muss eben die manuelle Geschicklichkeit besitzen, die Pumpe bedienen zu können, die man im Hodensack oder in der großen Schamlippe auffinden muss. Und man braucht eben auch die kognitiven Fähigkeiten, um dieses System zu bedienen. Wenn man das nicht kann, dann wird man nicht davon profitieren. Ja. Lassen Sie uns über die Drang-Inkontinenz sprechen. Da erklärten Sie ja vorhin schon, dass das nicht so sehr zu tun hat mit einem Überdruck, sondern eher mit einem Fehlgeleitetsein vielleicht der Nerven. So habe ich Sie verstanden. Was steckt da genau hinter? Es gibt verschiedene Ursachen, die zu Drang-Inkontinenz oder übermäßigem Harndrang führen können. Das können ganz banale Sachen sein, wie eine Harnwegsinfektion oder ein tiefer Harnleiterstein. Das kann auch eine gutartige Prostata-Vergrößerung sein. Und in vielen Fällen ist es auch idiopathisch. Das heißt, man kennt den Grund nicht genau und bezeichnet es dann als das Syndrom der überaktiven Blase, die eben mit und ohne Inkontinenz vorkommen kann. Und was kann man da machen? Da gibt es, anders als bei der Belastungsinkontinenz, eine große Bandbreite an medikamentösen Therapieansätzen. Wir nennen diese Medikamente die Anticholinergica. Ergänzt wurde das Mitte des letzten Jahres noch durch ein zusätzliches Präparat, das der Beta-3-Agonist ist. Es handelt sich dabei in der Namensgebung immer um den Rezeptorweg, den das Medikament nimmt. Und die führen zu einer Dämpfung dieser Reize in der Blase und zu einem erhöhten Grad der Entspannung der Harnblasenmuskulatur. Ist das so eine Art Muskelentspannung durch Betäubung? Habe ich das jetzt so richtig übersetzt? Ist ja nicht richtig eine Betäubung oder zumindest eine Dämpfung der überschüssigen Nervenreize. Und die schluckt man regelmäßig dann? Die nimmt man täglich, teilweise auch zweimal täglich. Was ist mit Botox? Ich habe gehört, auch mit Botox arbeiten Sie, um die Blase zu beruhigen oder zu normalisieren? Sollten die Patienten nicht gut auf die Tabletten-Therapie ansprechen, beziehungsweise sehr stark an den Nebenwirkungen wie ausgeprägte Mundtrockenheit leiden, dann wäre der nächste Schritt zum Beispiel die Installation von Botox in die Blase. Botox ist vielen sicherlich aus der ästhetischen Chirurgie ein Begriff, hat aber viele Indikationen in verschiedensten Bereichen der Medizin und kann eben auch über eine Blasenspiegelung in die Blase eingebracht werden. Hier wird er mit einer feinen Nadel an mehreren Stellen das Botulinumtoxin in die Blasenmuskulatur injiziert. Botox hält ja nicht ewig. Man sagt ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr. Muss man das dann immer wieder wiederholen? Ja, im Schnitt sagt man ungefähr ein halbes Jahr, aber die Bandbreite bei verschiedenen Patienten ist sehr unterschiedlich und geht von etwas kürzeren Zeitraum bis hin zu einer Therapiezufriedenheit über mehrere Jahre nach einmaliger Injektion. Und diese Injektion, ist die schmerzhaft? Die Injektion selbst ist schmerzhaft, grundsätzlich lässt sich das aber in der Lokalbetäubung durchführen. Gibt es noch weitere Methoden, mit der Sie auf die Nervenfunktion der Blase einwirken? Ja. Sollte auch die Botulinumtoxin-Injektion nicht von Erfolg gekrönt sein, besteht die Möglichkeit einer Neuromodulation. Hierbei werden die Blase versorgenden Nerven im Bereich des Kreuzbeins aufgesucht mit einer Testsonde. Die wird über eine Woche belassen. Diese Sonde gibt regelmäßige Impulse an die entsprechenden Nerven ab. Und der Patient kann in der Woche, in der die sogenannte Testung durchgeführt wird, eben den Behandlungserfolg oder den ausbleibenden Behandlungserfolg dokumentieren. Sollte Behandlungserfolg bestehen und der Patient bezüglich seiner Symptome von der Therapie profitieren, wird dann letztlich der endgültige Generator im oberen Gesäßbereich implantiert. Und nach der Operation kann sowohl der Patient als auch der Arzt über eine Art Fernbedienung nochmal die Sequenz optimieren, sodass hinterher wirklich der beste Behandlungserfolg erzielt werden kann. Und wie erfolgreich sind diese OPs? Daher eine Testung durchgeführt wird, sind alle, die auf die Testung gut reagieren, überwiegend mit der endgültigen Implantation zufrieden. Bei der Testung ist es so, dass ungefähr das Verhältnis 3 zu 1 ist. Das heißt, 3 profitieren und ein Patient profitiert nicht von der Testung. Vielen Dank, Herr Dr. Magawal, für diese spannenden Informationen. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Sie bekommen weitere Informationen auf www.astlepios.com-nachtvorlesungen und Sie finden uns auf YouTube. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen alles Gute.